So, bitte in die List. Die Adler gegen SGM 1. Halbfinalrunde Nummer 2. Die Adler gegen SGM 1. Und die Runde geht an das SGM. So, wer holt sich diese Runde jetzt? So, wer holt sich das? So, wer holt sich diese Runde? So, wer holt sich das? So, wer holt sich das? So, wer ist die Runde? Stehen Sie mal. Sie wollen in also. Archi, nicht Eindring, nicht Eindring, Archi. Nicht Eindring, Archi. Archi, nicht Eindring. Nicht Eindring. Nicht Eindring. Wir sind im Halbpenale, die Emotionen steigen. Wir sind im Halbpenale, die wir sind im Halbpenale, die wir sind im Halbpenale, die wir sind. Wir sind im Halbpenale, die wir sind im Halbpenale, die wir sind im Halbpenale. So, wir haben ein totales Ruhl hier. Wer wird sich befreien, wer wird aus hier rausgehen? So, feuert sie noch mal kräftig an. Gebt doch mal richtig Gas hier. Es ist ein Eins gegen Eins. Wer wird das machen, Tirol oder SGM? Tirol! 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 Tirol Tirol oder München? Tirol oder SGM? Wer wird siegen? Wir haben eins für Tirol. Wer wird die Tirol entscheiden? Wo geht die Reise hin? Tirol oder SGM? Und wir haben wieder eins gegen eins. Wo geht die Reise jetzt hin? Tirol oder SGM? 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 Okay, wir brauchen noch eine Runde. Tirol oder SGM? Willkommen wir jetzt eine Entscheidung? Ja, wir brauchen eine Runde. SGM oder Tirol. Wer wird sich durchsetzen hier? Wir haben eine Entscheidung für Tirol.